Hallo, ich sitze hier neben einem ganz komischen Vogel. Kommt aus weit entfernten Inseln. Ich komme aus Deutschland. Vergleichst du dich eigentlich auch so oft? Warum tun wir das? Warum vergleichen wir uns mit anderen? Warum wollen wir immer alles gleich machen? Eigentlich ist ja Gleichsein, das Vergleichen, hat ja was mit Gegenüberstellen zu tun. Wenn ich mich vergleiche, dann sehe ich mich und den anderen mir gegenüber und kann sagen, okay, das ist gleich, das ist nicht gleich. Genau und mit ein bisschen Glück kann ich dann nämlich feststellen, dass ich anders bin. Und wenn ich spüre, in mir, dass ich anders bin, dann auf einmal dürfen wir alle gleich sein. Ist das nicht wie Zauberei?